Sila Shahin ist mit dem Torhüter Samuel Ratlinger verheiratet. Als Frau eines Fußballprofis hat die ehemalige GZSZ-Schauspielerin mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Dagegen wehrte sie sich nun im Ippen. Media Interview München, als GZSZ-Darstellerin wurde Sila Shahin, 37, berühmt. Danach sorgte auch ihr Privatleben für Schlagzeilen. Inzwischen ist sie seit rund sieben Jahren mit dem österreichischen Torwart Samuel Ratlinger, 30, verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Mit einem Profifußballer an der Seite kommt aber auch Kritik, wie sie im Gespräch mit Ippen. Media offen erzählt. Ich war immer unabhängig und selbstständig. Sila Shahin wehrt sich gegen Spielerfrauen vorurteile. Nach ihrem Ausstieg bei GZSZ und einer TV-Auszeit stieg Sila Shahin kürzlich in einer neuen Rolle bei »Alles, was zählt« ein. Bei Kathy Hummels Wiesenbummel berichtete die Darstellerin im Ippen. Media Interview von der Kritik der Serienfans. Gerade, wenn man versucht, als neue Figur anzukommen, ist das umso schwieriger. Es braucht seine Zeit, bis der Zuschauer sich daran gewöhnt. Ich glaube auch, dass Frauen, die einen Fußballer an der Seite haben, noch mal härter kritisiert werden als andere. Den Grund für die Vorurteile gegenüber der Partnerinnen von Fußballspielern, kann Sila Shahin nicht verstehen. Das gängige Spielerfrauen-Image trifft auf sie aber nicht zu, wie die 37-Jährige gegenüber Ippen. Media betonte. Ich glaube, es liegt daran, dass sie denken, dass es uns einfach zu gut geht. Im Endeffekt, mein Mann ist kein Millionär, wir müssen auch hart arbeiten gehen und ich war immer unabhängig und selbstständig. Ich war immer schon die Sila Shahin, bevor ich geheiratet habe und hatte einen Beruf. Sila Shahin war auch vor ihrem Ehemann mit einem Fußball profiliiert. Sila Shahin hat bereits Erfahrung, was Promi-Beziehungen angeht. Nach einer Li-Eso mit ihrem einstigen GZSZ-Kollegen Jön Schlön Vogt, 37, machte sie 2013 die Beziehung mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündoan, 32, öffentlich. Zwei Jahre später verkündeten sie jedoch ihre Trennung. Sila Shahin versucht sich Spielerfrauenkritik zu erklären, viel Neid mit im Spiel. Dass sie wegen der Ehe mit Ratlinger-Hertha kritisiert wird, ist Sila Shahin bewusst. Ich glaube, dass das auch polarisiert, wenn man in diesem Fußballgeschäft mit drin hängt, dass da auch viel Neid mit im Spiel ist und Missgunst. Das ist in Deutschland sowieso sehr extrem, meinte die gebürtige Berlinerin und merkte an. Anders kann ich mir das nicht erklären.